Musik Erstmal umschauen, zeigt Rassismus die rote Karte. Der BTV 1850 öffnet die Türen der Vereinshalle. Die Abteilungen Eltern-Kind-Turn, Gymnastik, Geräteturn, Volleyball und Handball stellen sich mit einem bunten Rahmenprogramm vor. Mit einem Schwungtuch für die kleinen Kinder und Handballtraining für die großen Kinder. Musik Zwischendurch wird auch getanzt. Musik Also wenn ich mich so umschaue, super. Ich finde die Tribüne leider noch sehr leer, aber ich glaube mal, das ist geschuldet, weil die alle auf der Fläche sind, weil die alle mitmachen. Ja, ich hätte es nicht erwartet, dass so viele heute kommen. Ich bin begeistert, ja. Sehr schön. Musik Die einen brauchen etwas länger, um warm zu werden. Die anderen nehmen direkt Anlauf. Krabbeln, Balancieren und Koordination stehen auf der Tagesordnung. Und macht es denn Spaß? Ja. Und meine Tochter bettelt mich an, in den Sportverein zu gehen. Und da ich nur diesen kenne und will, gehe ich hier wieder her. Und damit nicht nur die Tochter Spaß hat, gibt es in der Mitte der Halle ein Volleyballfeld. Alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Noch mal kurz Hütchen richten, dann geht es auch schon weiter. Musik Die Koordinationsleiter ist sehr gefragt. Unter Anleitung der Handballspieler aus der Verbandsliga können die Mädchen und Jungen ordentlich was lernen. Musik So ein Event, so ein Tag der offenen Tür ist immer ein Highlight. Und dann kommen die zu normalen Trainingzeiten und dann sagen wir, ach, ist mir zu langweilig. Aber ist es auch mal ein schöner Tag jetzt für die Mitglieder, dass man gemeinsam was machen kann. Sonst ist ja jede Abteilung für sich. Die Doner da, die Handballer da. Und heute sind wir alle zusammen, haben einen schönen Tag. Und ich sehe es mal mehr von dieser Seite aus. Musik Und zusammen macht Sport doch am meisten Spaß. Für Groß und Klein ist alles dabei. Auch wenn die Faustballer und Fußballer heute nicht aktiv waren. Musik Schwimmabteilung war es. Ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020